jetzt müssen ruckstau geben ja er kann ja immer nur einnehmen jetzt kommen immer drei perfekt schön 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 tja soviel zum eisenproblem jetzt können wir auch stahl herstellen ohne die forschung zu gefährden was können wir noch machen was können wir denn aus dem stahl machen ne da braucht ganz viel viel aber kein stahl prismen aha was oje 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 brauche eine schmerz eine finanze nicht sechs nicht acht immer eins und eins kommt bei gebäuden können ja mehrere hintereinander aber dafür kann ich die dann gleich bauen was kann ich denn da schönes drin bauen sonst noch glas haben wir schon an grafit was wird denn das gemacht ja auch aus stein hier ist eh gleich die steinader sollen wir die so nehmen sollen wir das so hinnehmen sollen wir das nehmen wir so hin das nehmen wir so hin und so raus da läuft das ding achte wie viel braucht denn das um eins herzustellen zehn oh mein gott naja komm auf die zeit wird es dann schon noch brauchen wir es ja nicht so was machen wir mit dem ofen hier könnten wir oh das wird aus dem gemacht ja wird eh so langsam produziert dann würde ich sagen wir bauen hier noch eine schmelze die macht dann aus dem zeug das andere zeug nachdem wir arme gebaut haben schade dass sie nicht automatisch gebaut werden wenn man sie braucht wo immer schon zehn stück so nämlich so wenn da das erste rauskommt dann sollte er das gleich verfeinern oder wie auch immer man das da nennt so die bänder schön durchziehen mal sehen was kann man aus dem zeug jetzt machen halbleiter oder ja komm das wird doch eh passen hier haben wir das und die kriegen wir dann von hier und schicken es weiter nach hier schön kein strom der erste grüne block er läuft wie viele braucht da von dem zwei stück ja ist das ok wie viele werden hier produziert aus zwei silikon jeweils 1 ok das ist auch ok das dauert ziemlich lange sollte man anders machen sollte man drei armigen banditen machen oder ganz andere idee wir machen so so nämlich auch zu weit das ist viel zu weit nein 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 spiel so nicht mein freund wir machen das hier so wenn ich mich mal aus dem weg bewegen wird so so will ich das nicht ich will das so man 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 die bänder so so ich weiß nicht ob es mir jetzt was bringt ich ich bilde mir ein dass es mir viel viel zeit spart weil die arme dann halt nur noch so fahren müssen so so nämlich ultra hässlich hoffentlich wird der zweite planet nicht auch so hässlich ich habe ja vor mehrere planeten zu besiedeln das wäre ja blöd nicht das nicht machen wird ein output das ist genug drei inputs endlich können wir betonen betonen wie sagt man das betonieren einebnen ja gut gut jetzt wissen wir das wir können jetzt einebnen sind jetzt der equalizer quasi so was braucht man hierzu nee geht mal gar nicht das produzieren wir jetzt klein teilmäßig das produzieren wir noch nicht komm ja hier die prismen mal selbst die prismen glas haben wir ja genüge da nehmen wir das jetzt fahren wir einen stock höher stock höher und dann gehen wir hier lang welcher ist es denn oder welcher wird es denn der hier macht das der macht das ja der der hat der hat der hat potenzial kollision mit objekt welches objekt was für eine kollision müssen wir jetzt sagen dass das windrad im weg steht so noch mal ganz runter das niveau wieder runter geschraubt kennt man ja von mir so so oh wir haben keine arme mehr keine arme Chips können wir nicht nehmen oder was können wir nicht nehmen oder was her mit dem zeug her damit her damit so machen wir die arme jetzt hier ein stück dann hier prismen schon mal einstellen So. Einmal rein. Einmal raus. Dann was kannst du machen. Solarenergie. Schön. Ja, 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 ja. Ich weiß, andere Planeten wichtig. War zuerst mal dieser Planet wichtig. Brauchen eine Produktion für die Elektromagneten. Siehe ich gerade, haben wir noch gar nichts. Also wir haben schon was, aber das wird gleich verwendet. Ich hätte das gern separat. Separat. Aber da werden wir die Magneten wieder ausgehen. Ich sehe schon. Und zwar dann hier rein. Heißt, ich muss da starten. Muss ich hoch. Da wieder runter. Ja, langsam habe ich es. Langsam habe ich es. Hier kommt der Ausgang. Du machst mir hier Elektromagneten. Die normalen Magneten müssten wir jetzt mehr herstellen, weil sonst haben wir dann ein Problem mit der Forschung. Aber da wir jetzt hier einebnen können. Was ist denn? Ach, Stahl brauchen wir. Stahl, okay. Und Stahl wird hergestellt. Das ist kein Problem. Jetzt hängt der wieder fest. Ich sollte den wirklich her mit WASD steuern. Klick, 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 klick. Wie lange es geht. Oh, ich sehe das nächste Problem. Wir kriegen zu wenig Eisen. Nein. 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 Wieso? Also muss ich da zwei Maschinen hinstellen? Die das abbauen oder was? Ach, nee. Ach, nee. Ich dachte, das reicht jetzt erstmal. So. So, wie ist die Maschine? Da ist die Maschine. Lack of Items. Was brauche ich denn? Alter, Beton. Beton, Beton, Beton. Was jetzt? Rain-Restore. Rainbury. Okay. Dekoration. Ich verstehe es nicht. Muss ich die bauen? Muss ich Foundations bauen? Ich kapiere es gerade nicht. Made in Assembler. Aha. 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 Oh, jetzt geht es los, ne? Die muss ich bauen. Okay. Ja, dann. Hier ist der Beton. Muss ich den irgendwie in die Produktionslinie leiten? Und zwar wahrscheinlich hier drin. Hier bei dem letzten. Ach, der kriegt die, die Dinger nicht. Ach, so viel gleichzeitig. Du brauchst das. Du gibst mir dann das. Was heißt hier? Beim letzten brauche ich dann Stahl und Beton. Ja. Hoch. Hoch hinaus. Meine Freunde. Stahl. Stahl. Ja, aber er baut mir ja nicht. Was? Sorry. Ach, da unten im Eck. Ich habe es nicht gesehen. Okay. Gut. Stahl ist schon mal mehr oder weniger angeschlossen. Ich brauche noch einen Kran. Jetzt brauchen wir noch, ähm... Ich weiß nicht, ob das mit den Kranen so gut ist, ob nicht vielleicht Splitter besser wäre. Aber so lange... Ja, 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 am Anfang geht es ja wahrscheinlich. Am Anfang geht wahrscheinlich alles noch. Futsig wo du dich ja. Oh, absolut.